Jahresrückblick und da geht es diesmal um Fitness. Und Fitness werden sagen, ich habe keine Lust ins Fitnessstudio zu gehen, Bewegung ist mir zu viel und sie sitzen auf dem Sofa und man denkt sich aber irgendwo der innere Schweinehunde hinten sagt, Mensch, du solltest mir was für dich tun. Und dafür haben wir genau die richtigen Geräte für, weil es wichtig ist, dass wenn sie fit sind, dass sie fit bleiben und wenn sie nicht fit sind, dass sie mal in Schwung kommen. Und da reichen ganz, ganz kleine Schritte. Wir haben Sportgeräte, die sind alle lieferbar. Das ist nicht üblich in diesen Zeiten, weil alle Leute sich natürlich Fitnessgeräte nach Hause holen wollen. Gerade in diesen Zeiten jetzt, gerade auch zum Jahreswechsel, da hat man vielleicht mal die Energie, sich einen guten Vorsatz zu machen und den dann auch durchzuziehen. Machen ja viele um Silvester rum. Und so ein Fitnesstrainer ist eigentlich, was jeder zu Hause haben sollte. Und auch kann, das ist erschwinglich, man kann die überall hinstellen. Wir zeigen Ihnen das gleich. Anfangen wollen wir mit unserem 40 in 1 Ganzkörper-Krafttrainer. So heißt ja Rebecca, ne? Und der Name sagt schon alles. 40 in 1. Sie können hiermit 40 verschiedene Übungen machen mit einem und demselben Gerät. Wahnsinn, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Vor allem, weil du damit alle Muskelgruppen so gut wie alle Muskelgruppen ansprechen kannst. Das heißt, den ganzen Körper kannst du hier gezielt trainieren. Beispielsweise mal die Arme trainieren, ne? Die Brustmuskeln trainieren, so wie es jetzt beispielsweise Moni auch macht mit dem Butterfly, nennt sich das. Oder auch die Beine kann sie sogar gleichzeitig trainieren. Und das ist nur eine von ganz, ganz vielen Übungen. Und was mir wichtig ist zu sagen, Sie brauchen dafür keine Vorkenntnisse. Sie bekommen nämlich eine super Anleitung mit Übungstipps noch dazu. Da werden nämlich über 40 Übungen für Sie aufgezeichnet und erklärt. Das heißt, Sie kriegen ganz genau erklärt, wie kann ich hier mein Gerät umbauen, damit ich welche Muskelgruppe trainieren kann. Sie haben schon gehört, kann ich umbauen, heißt auch, dass ich es zusammenklappen kann. Also dieses Gerät kann ich zusammenklappen und es ist ja so auch schon mega platzsparend, ne? Es ist super platzsparend und das ist richtig dick gepolstert. Sie sehen das gerade, wo sie drauf sitzt. Das sind richtig bequeme Liegeflächen, kann man fast schon sagen. Also Jessica hat das nach hinten ganz ausgeklappt und Moni hat das jetzt als Sitz ausgeklappt. Und da sind an allen Ecken diese Expander dran, womit man eben alles Mögliche machen kann. Sie sehen hier vorne bei Jessy, die hat da eben diese weich gepolsterten Stangen. Da kann man dann eben diese Bauchmuskelübungen machen. Oder hier eben auch noch die Expander dazu. Hinten sind auch nochmal Expander. Es ist also so ein universelles Sportgerät, weil es eben so viele andere Sportgeräte in einem kleinen Format zusammenfassen. Das ist alles super stabil gemacht. Das macht richtig Spaß, sich da drauf zu setzen. Und dann weiß man auch, was man getan hat. Ja, und im Fitnessstudio ist es so, dass du in der Regel für all die Übungen dann auch jeweils ein Gerät bräuchtest. Hier haben sie alles in einem Gerät. Sie können sich quasi ein Fitnessstudio nach Hause holen, ohne dass sie so viel Platz haben. Das sind hier, ich würde mal vermuten, zwei Meter Länge ungefähr, die sie brauchen, um Sport zu machen. Wenn sie fertig sind, dann klappen sie es einfach zusammen und können dann hier das schön verstauen, zum Beispiel unterm Bett, hinter der Tür. Also das ist die platzsparende Alternative, sowohl für Einsteiger als auch Menschen, die sich schon ein bisschen auskennen, wissen auch, ja, so meine Brustmuskeln möchte ich mal trainieren. Aber gerade Anfänger, also so Kandidaten, die nicht so viel Sport in Vergangenheit gemacht haben, viel Sitzen. Man merkt das, wenn die Schultern so zusammenfallen, der Rücken sich grümmt. Und da hilft Sport generell schon mal. Aber ganz besonders wichtig ist hierbei der Muskelaufbau. Wieder die Muskeln, die wir vernachlässigen im Alltag, zu stärken. Und es geht hier ganz einfach. Ja, du kriegst ja auch dieses Buch da, da sind ja viele, viele Übungen auch für Anfänger dabei. Also Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben, weil wir hier unsere Sportskanonen Moni und Jessica auf unserem Ganzkörpertrainer eben stehen haben. Da sind Übungen für jedes Level dabei. Wichtig ist halt, dass Sie überhaupt mal in Schwung kommen, weil Sie merken das selber. Was ich gesagt habe am Anfang, Sie sitzen jetzt vielleicht gerade vor dem Fernseher und denken, ganz interessant, aber das muss ich mir dann holen und dann muss ich arbeiten. Das ist nicht so schwierig. Sie müssen einfach nur mal anfangen. Einfach mal mit diesen Beinübungen da, wie wir es hier im Zuspieler sehen, in der Mitte. Diana macht das gerade. Das kann wirklich jeder. Und das ist mal ein Anfang. Dann merken Sie, wenn Sie merken, dass man sich eben wieder besser bewegen kann, dass man mehr Ausdauer hat, mehr Kraft. Und das ist doch alles, was wir wollen, dass wir uns gut fühlen wollen. Und jetzt ist eben die Gelegenheit. Wir haben diese Fitnessgeräte alle lieferbar. Dieses hier kostet nur 199,49 Euro. Ist ein TV-Sonderpreis natürlich. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Und dann haben Sie Ihr eigenes Fitnessstudio zu Hause, wo Sie eben nicht einen ganzen Raum dafür brauchen, sondern das einfach mal hinter das Sofa stellen können, hinter die Tür oder sogar unter das Bett, weil sich das so klein zusammenfalten lässt und ist trotzdem so stabil. Trotzdem stabil. Das ist eben Qualität, die Sie hier nach Hause bekommen. Und ich möchte Ihnen mal die Seilzüge genauer zeigen. Wir haben nämlich hier an den Seilzügen, ich darf dir mal einen abnehmen. Danke dir, Jessie. Wir haben hier die Seilzüge und da haben wir verschiedene Seilzugwiderstände da. Sie sehen hier, wir haben Grau, wir haben Schwarz, wir haben Rot, kennzeichnet unterschiedliche Stärken. Jessie, du weißt mittlerweile, ich ärgere dich gerne so ein bisschen. Leider, leider. Schau mal, wir machen mal ein bisschen mehr Schwarz hier auf dieser Seite. Auf der anderen Seite stellen Sie das idealerweise auch noch ein. Und ist schon ordentlich, ne? Ja, ja. Und das können Sie auf der anderen Seite dann genauso machen. Ich mache schon, wenn ich zum Hulk hier habe. Genau, und dann können Sie sich steigern. Und gerade diese Seilzüge, die kennen Sie vielleicht auch von der Physiotherapie. Also Sie werden auch bei der Physiotherapie genutzt, um eben gezielt Muskelgruppen hier anzusprechen, zu trainieren. Und es macht auch Spaß, wenn Sie das in Ihren eigenen Räumlichkeiten machen können. Wenn Sie nicht erst los müssen, wenn Sie sich das Fitnessstudio nicht teilen müssen. Sie machen hier über den Tag verteilt so viel Sie möchten und müssen sich dabei auch nicht beobachtet fühlen. Das finde ich manchmal so ein bisschen unangenehm. Ja, vor allem, man weiß ja auch immer nicht, wer war da schon alles drauf. Man sagt immer, man muss die Geräte danach abwischen. Aber wenn die abgewischt, da war es halt trotzdem noch anderer Schweiß drauf. Hier haben Sie Ihr eigenes Gerät, Ihr eigenes Sportgerät. Das ist ein richtiges Sportgerät, mit dem Sie sich wieder in Schwung bringen können. Mit dem Sie wieder fit werden können oder fit bleiben. Wie gesagt, die Übungen, die Sie hier machen können, gehen vom Anfänger bis zum Profi. Also da kann man auch richtig, wenn Sie ein Sportgerät für zu Hause suchen, dass Sie eben nicht mehr ins Fitnessstudio müssen. Ist das ideal, weil es eben so viele Sportgeräte in einem vereint. Schau mal, hier sehen wir Diana, die sitzt jetzt verkehrt rum drauf und hat eben diese Rückenmuskulaturübungen hier gerade. Das finde ich so interessant, was man hier mit alles machen kann. Das ist eben ein 40 in 1 Ganzkörperkrafttrainer, der den ganzen Körper eben in Schwung bringt. Jede Muskelgruppe kann man hier einzeln machen und Sie haben tatsächlich hier jetzt den TV-Sonderpreis. Die UVP hier verliegt bei 300 Euro. Wir haben es jetzt eben für 199,49 Euro. Einfach mal anfangen. Fangen Sie einfach mal an und Sie werden merken, mit der Zeit werden Sie immer mehr, kräftigere, diese verschiedenen Seilzüge ausprobieren. Es ist ein sehr hochwertiges Gerät. Super stabil, sehr, sehr, sehr bequem. Es ist alles ganz toll gepolstert. Und dann brauchen Sie eben nichts im Fitnessstudio. Das ist ja dann auch immer so ein Schweinehund, den man dann nochmal überwinden muss. Man muss erst mal ins Auto, dann weiß man nicht, wo man da duschen soll und muss dann eben wieder verschwitzt vielleicht ins Auto wieder zurückfahren. Den holst du einfach raus hinter dem Schrank, hinter der Tür, hinter dem Sofa oder unter dem Bett ziehen und rausbauen. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und schon können Sie loslegen, wann immer Sie wollen. Wann immer Sie wollen. Fitnessstudio haben ja auch nicht immer auf. Und das wollte ich auch noch zeigen. Sie können hier nämlich tatsächlich auch parallel hier trainieren. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel als Paar sich einfach vorgenommen haben, mehr zu trainieren, dann können Sie das zusammen machen. Das macht ja auch doppelt so viel Spaß. Ich könnte zum Beispiel jetzt parallel, wie Jesse hier vorne arbeitet, könnte ich hier hinten mit meinen Füßen arbeiten. Ich habe hier auch Fußfesseln mit dabei, so nenne ich es jetzt mal, einfach um die Fußgelenke machen. Und dann können Sie hier parallel auch noch die Beine trainieren. Während dann der Partner einfach vorne weiter trainiert. Und das macht doch Spaß, wenn ich nicht alleine hier durch muss und mich abmühen muss, sondern geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man ja auch so schön. Ja, aber Sie müssen nicht leiden hier drauf. Das ist ja das Tolle, weil du eben diese Anfängerübungen hast, um dich überhaupt mal ein bisschen in Schwung zu kriegen. Man merkt das auch vielleicht mit einem zunehmenden Alter, dass man sich immer weniger bewegen kann. Wer rastet, der rostet. Bringen Sie sich wieder in Bewegung und Sie werden feststellen, wie viel besser es Ihnen geht. Ein gesunder Körper, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Heißt es, es gibt so viele Motivationssprüche. Also werden Sie endlich aktiv hier mit unserem 40 in 1 Ganzkörper Krafttrainer. Machen Sie alles richtig. NX-72-57569 zum TV-Sonderpreis von 199,49 Euro kriegen wir hier unseren 40 in 1 Ganzkörper Krafttrainer. Wir stellen Ihnen hier heute unsere drei beliebtesten Sportgeräte aus dem Jahr 2021 vor. Die sind alle sofort lieferbar. Also denken Sie dran, Neujahrsvorsätze, neues Jahr, neuer Körper und einfach mal wieder fit werden. Das ist ein ganz besonderes Gerät, das habe ich mir diese Woche gekauft. Also ich will ja auch dieses Jahr mal ein bisschen, also im Jahr 2022 mal wieder ein bisschen aktiver werden, weil ich merke das auch, man wird immer weniger aktiv. Wir machen hier ja, ich meine, wir gehen im Studio hin und her, aber richtig Sport hat man am Abend dann auch keine große Lust mehr. Guck mal hier, das ist bei mir im Wohnzimmer, hier in meiner Dassler-Wohnung. Da habe ich den hingestellt und der ist so klein und leicht, aber trotzdem super robust. Das ist ja immer ein Problem. Ich bin ein stattlicher Mann und die meisten Sportgeräte gehen bis 100 Kilo und ich wiege ein bisschen mehr als 100 Kilo. Und dann kann man eben, dieser hier geht bis zu 150 Kilo, also auch wenn Sie ein bisschen stattlicher gebaut sind, sage ich mal, ist das genau das Richtige für Sie. Nee, es ist fantastisch. Radfahren wird von allen empfohlen, weil das eben gelenkschonend ist und auch den ganzen Körper macht. Es ist also sowohl Muskelaufbau als auch eben ein bisschen mehr Puste kriegen. Und das ist das, was wichtig ist, dass man eben wieder besser durchs Leben kommt und sich wohler fühlt. Ein super bequemer Sessel hier. Ich habe den letzte Woche Donnerstag bestellt, am Montag war er hier. Dienstagfrüh habe ich ihn aufgebaut, das hat zehn Minuten gedauert. Also der kommt ja relativ weit vormontiert. Da brauchen Sie auch keinen Mechaniker für. Und was mich so begeistert hat, ich hatte mir den ja vorher mal in der Sendung angeguckt, dieses Tretlager da unten. Das ist also nicht mehr, wie man das von früher kennt, diese riesengroßen Schwungräder, die einen Höllenlärm machen. Das ist so leise und einfach. Sie kriegen den Bordcomputer dazu, dass sie wissen, was sie geleistet haben, wie viele Kilometer sie gefahren sind, wie viele Kalorien sie verbrannt haben. Und natürlich ein Timer mit Pulsmesser ist auch noch dran. Du kommst gar nicht aus dem Schwärmen raus. Nee, ich bin so begeistert von dem. Ich habe da jetzt auch tatsächlich schon gestern und vorgestern, also heute ist Mittwoch, habe ich dann auch schon gestern und heute habe ich da tatsächlich auch schon drauf gesessen. Und das ist es ja, es ist ja so motivierend, weil du den mal eben so um die Ecke rollen kannst. Die Rollen sind auch mit dabei und dann klappen Sie den einfach auseinander. Wenn Sie fertig sind, das können auch nur zehn Minuten gewesen sein, klappen Sie den einfach wieder zusammen und in ein paar Stunden oder am nächsten Tag geht es dann wieder los. Ganz so, wie Sie möchten, wann Sie möchten, wo auch immer Sie möchten. Denn hier haben Sie auch übrigens kein Kabel dabei, das heißt, es ist batteriebetrieben und das können Sie dann nicht nur in Innenräumen nutzen. Sie mögen auch vielleicht einfach mal auf dem Balkon, auf der Terrasse, denn da müssen Sie nicht nach einer Steckdose suchen. Überall Fahrrad fahren können Sie sozusagen, wo es Ihnen beliebt, ob vor dem Fernseher oder draußen, wie gesagt, oder einfach auch bei schlechtem Wetter. Ja, ist das doch super, wenn ich eine Alternative für drinnen habe, denn bei schlechtem Wetter ist die Motivation ja zumindest bei mir nicht so gegeben, da nach draußen zu gehen und den Weg auf mich zu nehmen, durch die Haustür, durch ins kühle Nass. Das können Sie hier ganz bequem zu Hause haben. Also was mich richtig begeistert hat, war halt, dass es so stabil ist, dass es eben auch für mich geeignet ist, dass es allen Komfort hat, den ein modernes Trimmrad, sage ich mal, haben sollte. Guck mal hier, das ist alles dick gepolstert, richtig solide Griffe hier. Das Display selber, Sie haben es vorhin im Zuspieler gesehen, hat große Zahlen auf. Das heißt, beim Sport will ich auch mal die Brille absetzen und immer noch sehen, was da eigentlich gerade passiert. Wir haben diese Griffe an der Seite, dass man sich eben da auch mal festhalten kann und ein bisschen Rückenmuskulatur machen kann. Und natürlich ein super leiser, super leises Trimmrad. Da kann man dann auch mal Fernsehen gucken, man stört niemanden dabei und es lässt sich zusammenklappen. Ich habe es bei mir einfach hinter die Tür gestellt. Das sieht kein Mensch, ne? Und das ist innerhalb von Sekunden aufgeklappt und schon kann man wieder loslegen. Ja, und das Thema Fernsehen gucken währenddessen ist auch ganz spannend, weil manchmal gucken wir ja auch irgendwelche Sachen über das Tablet zum Beispiel oder den E-Book-Reader. Guck mal hier, das ist auch bei mir in der Wohnung. Da siehst du es einmal stets da am Fenster und dann, wenn ich die Küchentür aufmache, die ist eigentlich immer auf, sieht man es nicht mehr. So wenig Platz nimmt das weg. Das ist echt toll. Und zurück zum E-Book-Reader, da wollte ich nämlich auch sagen, dass wir hier eine Halterung für haben. Das heißt, Sie können auch beispielsweise ein echtes Buch hier einfach ablegen und währenddessen lesen. Das ist gar kein Problem. Übrigens haben Sie hier auch wie so eine Art kleinen Trainingscomputer, der Ihnen die wichtigsten Daten anzeigt. Sie haben hier die Geschwindigkeit, die Zeit, die Sie schon unterwegs waren, die Distanz und der Kalorienverbrauch. Und Sie haben hier auch Pulssensoren in den Griffen integriert, können also auch da schauen, wie ist aktuell mein Puls unterwegs. Den Überblick über die wichtigsten Daten haben Sie hier also im Trainingscomputer. Und Sie können sich auch super toll nach vorne hin hier strecken, wie wir das gerade bei Jessie hier sehen. Die ist jetzt noch ein bisschen in den sportlicheren Modus gegangen. Naja, das sieht jetzt wiederum ein bisschen entspannter aus. Ja, das geht auch natürlich. Es ist so einfach. Hier einfach am Rädchen drehen, dann mache ich dir mal den Widerstand ein bisschen höher. Du hattest ja schon richtig hohen Widerstand. Ja, guck mal, ich wusste auch nicht, dass ich so sportlich bin. Du hattest sieben von acht als Widerstandsstufe hier gehabt. Ich mache es dem ein bisschen echter. Aber ich merke es aber. Ich merke es aber hier. Ja, und das können Sie ganz einfach hier einstellen. Übrigens können Sie auch die Größe oder Höhe des Sitzes einstellen, ganz nach Ihrem persönlichen Bedürfnis. Und dann können Sie lostreten. Und das Treten, das macht doch auch wirklich Spaß. Das geht quasi so von nebenbei. Und so kann ich meine Schritte sammeln und lossteppen. Ja, es ist so einfach, da aktiv zu werden, weil man das eben ganz einfach treten, Fahrradfahren, das können wir alle. Und hier können wir den Schwierigkeits-, also den Widerstand einstellen. Wir können ganz leicht anfangen. Und wenn Sie sich am Tag nur drei Minuten draufsetzen, Sie werden merken, wie Sie sich besser fühlen. Und das ist das Wichtige hier dran. Ich kann das wärmstens empfehlen. Ich habe Ihnen, wie gesagt, hier vorher mal ausprobiert und bin einfach begeistert, weil das so ein tolles Gerät ist. Also ich habe es jetzt seit zwei Tagen in Betrieb und fühle mich auch schon viel besser. Das ist es ja nicht nur gut, und wir wissen ja, Sport tut uns gut, aber es ist jetzt nicht nur die Fitness, die Sie damit steigern. Es löst ja auch Glückshormone aus, wenn du dann von deinem Rad steigst. Dann bist du auch stolz, du hast was getan. Und das Wohlbefinden ist dann einfach das. Das ist ein ganz anderes. Und du weißt, okay, ich habe ein bisschen was getan. Das muss nicht immer das anstrengendste Programm sein. Aber wenn Sie mal gut drauf sind, machen Sie vielleicht mal ein bisschen länger oder ein bisschen intensiver mit einem höheren Widerstand. Das können Sie ganz individuell bestimmen und sich auch ganz von alleine dann steigern. Sie werden merken, Sie werden Erfolge feiern können. Spätestens dann, wenn andere Sie ansprechen und sagen, hör mal, du siehst aber gut aus. Was hast du denn gemacht? Welche Creme hast du denn genutzt, Ingo? Es ist einfach toll, so ein Gerät zu Hause zu haben. Und wie gesagt, das hier ist so klein zusammenverstaubar hier. Sie haben das gesehen bei mir hinter der Tür. Es ist super robust. Es ist sehr, sehr leise. Und eben dabei eben auch noch so solide gebaut, dass man da also auch größere und stattlichere Männer sich draufsetzen können oder Damen. Man kann alles verstellen mit der Sitzhöhe. Man sitzt super bequem drauf. Das ist ja auch wichtig. Du kennst diese schrecklichen Fahrradsitze. Es gibt schreckliche Fahrradsitze. Wenn man da drauf sitzt, dann tut einem der Hintern also noch wochenlang weh. Das ist ein richtig bequemer Sitz hier auch mit Rückenlehne noch. Unser Clubheim-Trainer mit Rückenlehne, mit meiner Empfehlung, hat die Bestellung NX 7902569 auch zum TV-Sonderpreis von 170,99 Euro. Sie sparen 9 Euro zum Pearl.de oder Katalogpreis. Da müssen Sie einfach zuschlagen, weil der eben auch lieferkostenfrei zu Ihnen kommt. Und er ist lieferbar. Wir haben ihn ab Lager lieferbar. Jetzt hatten wir also einen Krafttrainer, wir hatten einen Heimtrainer. Wir kommen jetzt zum nächsten Produkt, auch eines Ihrer Lieblingsprodukte im letzten Jahr. Und das ist so ein Laufband. So ein Laufband, ein richtig gutes Laufband. Ideal auch für Einsteiger. Wir haben hier ein Laufband, was schon mal super gut gefedert ist. Also gerade wenn Sie zum Beispiel draußen unterwegs sind, wenn Sie joggen. Sie kennen vielleicht den Unterschied, wenn Sie auf dem Asphalt joggen oder auf dem Waldboden unterwegs sind. Das ist jetzt mehr so der Waldboden, den wir hier haben, weil diese Lauffläche gefedert ist. Und das ist super wichtig zu wissen, weil das eine gelenkschonende Art und Weise ist, joggen zu gehen oder zu laufen. Oder hier, Sie können ja auch ganz entspannt wie Moni einfach nur ein bisschen spazieren. Vielleicht nehmen Sie noch die Arme und ein bisschen mitmachen, so ein bisschen Nordic Walking. Die Möglichkeiten haben Sie hier. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir hier Haltegriffe haben, die Sie sicher fühlen lassen. Da haben wir auch einige andere Sicherheitsaspekte, zum Beispiel, wo wir uns hier die Lauffläche noch mal genauer angucken. Wenn Moni zum Beispiel nicht mehr kann und eine kleine Verschnaufpause braucht, dann geht sie hier einfach auf die Trittflächen. Ja. So, und dann kann sie das Laufband an sich vorbeipassieren lassen. Und wenn sie wieder Lust hat, geht sie einfach wieder drauf und macht weiter. Oder, weiterer Sicherheitsaspekt ist ein rotes Band, das Moni hier an sich rangeklipst hat. Sie sehen, hier ist das Band angebracht. Das ist eine Magnethalterung. Und wenn ich diesen Magnet jetzt ziehe, weil Moni zum Beispiel gerade niesen muss, dann bleibt das Laufband einfach stehen. Also das ist ein Laufband, deswegen sage ich auch für Einsteiger ideal, weil es eben Sicherheitsaspekte hier erfüllt. Und das auf kleinster Fläche hier. Wir haben hier eine ordentliche Lauffläche, auf der wir auch gut laufen können. Aber wir haben eben die Möglichkeit, auch noch die Trittfläche hier zu nutzen. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, es platzsparen zu verstauen. Wir wissen ja, dass Dinge immer praktisch sein müssen und auch unsere Laufbänder müssen praktisch sein und für Sie zu Hause passend sein. Dieser hier ist definitiv passend. Den kriegen Sie locker unter das Bett drunter. Einfach zusammenklappen, funktioniert auch ganz, ganz einfach mit nur einer Hand. Oder hier hinterm Sofa zum Beispiel, wie wir es gerade sehen. Super leicht zu verstauen. Und das macht es auch super leicht, ihn wieder rauszunehmen und dann loszulegen. Dann braucht es nicht diese großartige Überwindung, wie wenn Sie beispielsweise sich nach draußen begeben müssen. Oder vielleicht sogar erst ins Fitnessstudio. Und das Schöne ist, solche Gebühren, die man da zum Beispiel hat, die fallen hier ganz einfach weg. Und dann lohnt es sich nämlich auch mal, kurze Programme zu machen. Und nicht immer nur lange Sportprogramme, weil man denkt, jetzt muss es sich lohnen. Ja, das ist es ja. Du kannst hier dich einfach mal ein paar Stunden hinstellen oder zehn Minuten oder fünf Minuten, wie Sie wollen. Und einfach nur mal spazieren gehen. Das ist ausgesprochen weich und federnd, absolut sicher. Ich laufe sehr gerne, aber es ist schwierig für mich auf Asphalt oder draußen zu laufen. Ich merke das sofort in Knien und Hüftgelenk. Aber bei diesen Laufrädern, ob die jetzt im Fitnessstudio sind, da geht das eben ganz einfach, weil die gefedert sind. Und hier holen Sie sich eben Ihr Laufband, was genauso ist wie das im Fitnessstudio, ist schwingungsgedämpft. Das holen Sie sich nach Hause. Und das ist eben der Luxus, den man sich hier gönnen kann, dass man eben nicht mehr ins Fitnessstudio fahren muss, sondern diese Geräte zu Hause hat. Und vor allem, weil die alle zusammenklappbar sind, super flach, dass Sie da tatsächlich eben keinen extra Raum brauchen zu Hause, sondern das einfach irgendwo umstellen können. Ganz, ganz einfach. Denken Sie mal daran, wie viel Sie sitzen im Beruf. Also ich habe ja auch sechs Jahre im Homeoffice gearbeitet. Da saß ich im Prinzip die ganze Zeit. Ich hatte da tatsächlich mal einen Tag. Ich habe mir einen Schrittzähler besorgt und habe da tatsächlich mal an einem Tag mal nur 450 Schritte gehabt. Das ist wenig, ja. Weil du die ganze Zeit nur sitzt und du gehst aufs stille Örtchen und holst dir mal einen Kaffee. Aber das ist total ungesund natürlich. Aber es ist ja leider der Alltag für viele Menschen. Und dann geht es dann vom Schreibtisch direkt aufs Sofa, weil der Tag dann so anstrengend war. Ja, man ist ja auch kaputt dann. Ja, und dann können Sie sich ja auch den Feierabend schön machen. Sie müssen nicht aufs Sofa, Sie können trotzdem Ihr Fernsehprogramm abends genießen und dabei einfach mal ein paar Schritte machen. Und deswegen fand ich die Idee auch, die wir gerade gesehen haben, so gut einfach hinterm Sofa verstauen, weil da hast du es am richtigen Ort. Wenn du nämlich auf dem Sofa sitzt, dann hast du sozusagen den Sportgedanken immer im Nacken. Oder du siehst das Sofa und weißt, dahinter ist ja nur mein Trimmgerät. Eigentlich sollte ich das benutzen. Das ist halt Motivation auch, wenn man sowas zu Hause hat. Dann weiß man, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, da hat man nicht Lust, sich nochmal umzuziehen und ins Auto zu setzen, irgendwo hinzufahren, auf irgendeinen Maschinen, wo schon was weiß ich wer dran gewesen ist und dann wieder verschwitzt nach Hause fahren. Hier, das kann man einfach, wann immer man Lust dazu hat und sich bereit fühlen. Sie müssen das ja auch nicht jeden Tag machen. Aber glauben Sie mir, jede einzelne Bewegung zählt, um eben beweglich zu bleiben, um sich fit zu fühlen, ganz, ganz kleine Schritte. Und dann merken Sie, vielleicht machen Sie am Anfang fünf Minuten gehen, nach zwei Wochen machen Sie zehn Minuten gehen und nach einem halben Jahr, da gehen Sie schnell vielleicht mal 20, 30 Minuten. Das kann man in jedem Alter anfangen. Also gerade bei Senioren, die werden ja immer, immer unbeweglicher, sage ich mal. Ich habe das bei meinem Vater gesehen, der wurde im Alter immer unbeweglicher. Der war topfit sein ganzes Leben. Aber dann ist es halt wirklich wichtig, dass man dann dagegen steuert, dass man Rückenschmerzen hat. Der hat dann Physiotherapeuten benutzt und der hat ihm dann auch wieder auf die Beine geholfen. Aber da kann man eben, da kann man selber dagegen wirken, wenn man sich eben so etwas hier sich nach Hause holt. Und das ist ein Investment in die Vitalität, in die eigene Vitalität. Und so muss man das auch sehen. Das ist Lebensqualität, weil Sie sich wieder fitter fühlen. Sie können die drei, vier, Sie können da wieder drei, vier Stockwerke hochgehen und müssen nicht mehr den Aufzug nehmen. Denkst an Ihre Enkelkinder, wenn Sie mit Ihnen toben wollen, da wollen Sie natürlich auch mithalten einigermaßen. Da macht das auch viel mehr Spaß und ist doch viel schöner, wenn man das macht, ohne gleich immer gleich außer Atem zu sein, nachdem man mal zwei, drei Schritte gegangen ist. Das ist ganz, ganz einfach hier. Wie gesagt, Sie sehen das hier bei Moni und Jessica, die gehen ja. Das ist ja wirklich nur gehen. Man muss ja nicht, man kann auf denen richtig laufen, aber jetzt sagen wir mal zum Anfang, um in Schwung zu kommen, ganz normal gehen ist eine tolle, tolle, tolle Übung. Und das können Sie zu Hause machen, Sie müssen nicht nach draußen. Jetzt ist ja auch kalt, es kann mal regnen. Guck mal hier, das ist jetzt schon richtig laufen, was Jessica hier macht. Das kann man eben alles auf diesem Gerät machen. Und so super praktisch, weil es zu Hause ist und nicht im Fitnesscenter. Ja, davon profitieren Sie langfristig, es wird damit nie langweilig, genau. Denn damit können Sie Ihr Training immer individuell gestalten, mal laufen, mal spazieren gehen. Sie können es schnell zusammenklappen, schnell verstauen, platzsparend verstauen. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Macht Spaß, ne? Dass das Sport machen Ihnen leicht gemacht wird, dass Sie es sich selber leicht machen. Deswegen schlagen Sie hier zu, um genauso Erfolgserlebnisse feiern zu können, wie Jessie es beispielsweise hier gerade tut. Ja, man fühlt sich einfach besser, wenn man das sitzt, körpereigene Endorphine frei, wie du schon gesagt hast. Und so ein Laufwand ist eine tolle Möglichkeit, eben ganz ruhig mal anzufangen und sich zu steigern. Oder überhaupt in Bewegung zu kommen und zu bleiben. Das Laufwand mit den drei Sportprogrammen hat die Bestellnummer NC5442569 zum TV-Sonderpreis. Ab sofort lieferbar. Das heißt, Sie können das Jahr richtig anfangen. Wir fassen nochmal zusammen, wir haben Ihnen unsere drei Bestseller aus dem Jahr 2021 gezeigt, sind alle lieferbar. Zuerst hatten wir unseren 40 in 1 Ganzkörper-Kraft-Trainer. Genau, da haben Sie 40 Funktionen, die Sie hier nutzen können in einem Gerät. Sie holen sich ein Gerät nach Hause und können damit nahezu alle Körperregionen trainieren. Die Anleitung gibt es gratis auch noch für Sie dazu, damit Sie wissen, wie müssen Sie dieses Gerät aufbauen, um welche Muskelgruppe hier trainieren zu können. Einige Variationen sehen Sie hier gerade noch und das macht auch Spaß zu entdecken. Und es ist einfach sinnvoll, wenn Sie ganz spezifisch gegen bestimmte Haltungen hier reagieren können. Ja, Haltung, kriegen Sie mal wieder Haltung, kriegen Sie Ihren Körper in Schwung hier mit unserem 40 in 1 Ganzkörper-Kraft-Trainer. Der hat die Bestellnummer NX7257569 zusammenklappbar, überall verstaubar. Sie brauchen keinen extra Raum dafür. Hier mein Favorit, das habe ich mir bestellt, ich habe es zu Hause. Ich habe genug darüber erzählt, aber fass bitte nochmal zusammen. Kann ich gerne machen. Sie haben auch hier wieder die Möglichkeit, platzsparend Ihren Heimtrainer zu verstauen. Einfach zusammenklappen, ist auch einfach wieder aufzuklappen. Und dann kann es losgehen hier mit einer tollen Sitzqualität. Da schaffen Sie es auch vom Sitzen her länger drauf zu bleiben und können dann in die Pedale treten und loslegen. Sie haben hier acht Widerstandsstufen, zwischen denen Sie wählen können. Sie können sich mit diesem Gerät ideal steigern und Distanz sammeln, Kilometer sammeln und so ein Training absolvieren, was auch gelenkschonend ist. Und definitiv auch prädestiniert ist, dafür Glückshormone freizulassen. Also einfach mal aufs Fahrrad setzen. Ganz kleine Schritte. Es geht um kleine Schritte, um überhaupt in Gang zu kommen. Unser Club Heimtrainer mit Rücklehne hat die Bestellnummer NX7902569. Alle Geräte kommen übrigens versandkostenfrei zu Ihnen. Als letztes hatten wir unser tolles, tolles Laufband mit den drei Sportprogrammen. Genau. Drei Sportprogramme sind für Sie schon integriert. Sie können aber auch Ihr individuelles Programm starten und ganz nach Ihrem persönlichen Empfinden gehen. Auch das ein super Einsteigermodell für diejenigen, die es einfach haben möchten, mal Kilometer zu laufen oder auch einfach nur spazieren zu gehen oder gerne auch mal zu joggen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, sich in der Geschwindigkeit zu steigern und auch in der Distanz. Eine gefederte Lauffläche haben Sie hier und auch hier. Ich finde das so super. Sie können es zusammenklappen und einfach hinter dem Sofa, hinter der Tür verstauen, weil es auch so super schmal ist. Und so macht Sport Spaß. Wenn es einfach ist, wenn es leicht ist, wenn es gut verstaubar ist, nicht viel Platz braucht. Und wenn ich das zu Hause bei mir machen kann. Da, wo ich mich am wohlsten fühle. Ja, und ich habe mal gesehen, Moni, du hast tatsächlich schon, ich habe das eben gesehen, 2500 Schritte gemacht. Jetzt in der Viertelstunde, wo du drauf warst. Sehr gut, das lohnt sich. Das lohnt sich. Das ist schon ein Viertel, was man machen soll. Man soll 10.000 Schritte machen. Unser Laufband hat die Bestellnummer NC 5442 569. Ja, Jessica, Moni, Rebecca und ich haben Ihnen unsere drei Bestseller des Jahres 2021 gezeigt. Es sind mit Recht die Bestseller, die beliebtesten Produkte, die wir haben im Fitnessbereich. Alle zusammenklappbar, leicht zu verstauen. Alle kommen Versandkasten frei zu Ihnen. Also ran ans Telefon und lassen Sie das nächste Jahr kraftvoll beginnen und mit viel Ausdauer und Spaß. Also, los geht's.